Hallo YouTube, wir sind... Ach komm. Hier wieder bei Let's Play TechKid. Ähm, ja. Das letzte Mal hat uns ja so ein bisschen was an Schienen gefehlt, was wir dieses Mal wieder, äh, ähm, craften wollten. Ich zumindest. Weiß ja nicht, wie's bei euch so hieß. Nein! Höh! Jawoll. Ist das tot? Ja, schön. Ich muss sie ausrotten. Ja, gehört halt auch so dazu, zu meinen Pflichten. Hier meine Tiere zu beschützen. Und so weiter. Ähm... Ja, mich irritiert gerade, äh, das Mikro von dem Headset, das ich gerade aufhabe. Für normal nehme ich ja meistens mit Headphones auf. Das war sehr schön, ja. Aber ihm... Heute nicht, weil, ja... Ich hab zu Synchronisationstest... Zwecken, wenn man so sagen will. Nehme ich jetzt gerade ein Gaming Headset auf. Hat auch ein Kondensatormikrofon drin, genau wie das, was ich vor mir habe. Was irgendwie auf dem ersten... Äh... Blick... Äh... Ich werde auf dem ersten Blick aufs erste Mal hören. Ja, so irgendwie sehr eigenartig klingt und sehr sinnlos, wenn man zwei Kondensatormikrofone hat, aber... Ja. Das eine ist halt einfach im Headset eingebaut. Und ich möchte mal austesten, wie sich das jetzt so auswirkt. Auf mein Gesp... Ne, okay. Auf mein Gespiel wirkt es sich nur dadurch aus, dass ich jetzt... Die ganze Zeit denke ich, dass ich mit... Äh... Mit dem Mikrofon eben, das ja... Wie man ja so wissen sollte oder könnte. Meistens beim Headset nach vorne raus steht. Kann meistens zwar verbiegen, aber... Ja, steht halt trotzdem vor dem Mund und so, bla bla bla. Und ich hab die ganze Zeit irgendwie so die Befürchtung, dass ich damit... Weil es doch ein bisschen härter ist. Keine Ahnung, ob man das hört, aber... Ah... Ah... Ah, Entschuldigung. Ich hoffe, das habe ich rausgeschnitten. Muss ich mal kurz husten bei... 2 Minuten 45. Gut, merk ich mir. Werde ich ja gleich im Nachhinein rendern und bearbeiten den Ton und alles. Werde ich bearbeiten, damit ich eine tiefere Stimme habe und... Äh, ja. Ne, das nicht, aber... Das halt rausschneiden und alles... Ja. Brauche ich jetzt nicht unbedingt drinnen. Ich meine, Räuspern, ja... What else? Aber... So richtig... Dass gerade der Popschütz noch... Warum renne ich hier runter? Dass gerade der Popschütz noch, ähm... Das... Schlimmste abhält oder so. Wenn es trotzdem nur noch schlimm genug klingt. Das brauchen wir nicht unbedingt. Aber ansonsten, ja. Also, ja. Ich sage zwar auch öfter, ich will es... Mh... Es ist nicht unbedingt professionell bei mir, aber... Pfff. Pfff. So, warte mal. Jetzt haben wir hier... Standard-Trail. Twonst-Trail. Ich brauche... Stone-Rail, but... High-S-Trail. High-S-Trail. Sh-Trail. Ach ja, das brauche ich auch nicht gerade. Auch geil, ja. Ich muss... So, wenn ich das mal alles... So kann ich das jetzt einfach ganz normal machen... Denke ich. Ja, da muss ich dann auch ein bisschen rum... High-S-Trail. What? High-S-Trail. 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 Stone-Rail. Bad. Ach, ich packe's in den... Natürlich wieder eine... Oh, komm. Ich bin sehr verpeilt, ja. Das weiß ich inzwischen auch schon. Das... Muss man mir nicht mehr sagen. Ja. Ne, okay. Vielleicht doch aber... Ne, wollen wir nicht. Ich weiß es. Äh... So, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es aber... Ähm... Ich lasse es jetzt fast mal so... Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Sonst brauche ich alles. Jawoll. Und dann gehen wir einfach mal runter. In the Nether. Achso, ähm... Ja, Minecraft. Ja, ganz praktisch. Ne, zurzeit, und nein. Ja, ganz praktisch. Ja, ganz praktisch... Aber... die Strecke ist natürlich sehr schnell hinter eingelegt, wenn man dann so schnell fährt. Und warum dreht es mich eigentlich neuerdings immer, wenn ich aussteige, in irgendwelche Richtungen, die völlig random sind und überhaupt keinen Sinn ergeben? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gehen wir jetzt in den Netter. In den Netter. Ich habe keine Ahnung, was ich labere. In den Netter. No, ist klar. Ne? What the f-? Hallo? Ich denke, das ist falsch verbaut oder... Irgendein niederwertiges Material oder so? Hier. Achso, wahrscheinlich, weil ich mit denen kollidiert bin. Aha, okay, also explodiert es auch, wenn man mit anderen Gegenständen oder whatever kollidiert. Qualidiert, ha. Ja, super. Und ja, ich weiß Bescheid über qualitiert und so. Da wollten wir noch weiter verlegen und... Achso, ja, da ist er nicht mehr weit. Ach, umso besser. So, da haben wir dann schon alles verlegt. Jawohl, verlegt. Verlegt. Was mache ich? Als nächstes reite ich noch auf meinen Schnitzel durch die Welt. Eigentlich gar nicht so schlecht. Wuhu, das war gar nicht so schlecht. Hey. Da fällt mir immer schon wieder sehr viel Scheiße ein. Jawohl. Jawohl. Da gehört dann... Warum habe ich eigentlich da noch keinen Detektortrack hingelegt? Ich weiß es nicht. Ah ja, da... Ja. Ich weiß schon wieder. Ich muss ja hier so ein bisschen... äh, rundherum bauen, leider. Ähm. Ich habe noch so wenig High-Tracks. Äh, ich meine Booster-Tracks. Äh, hier also... Da könnte man dann wieder starteen. Nee, das wäre... Sinnlos, da, die ganze Strecke, aber da. Es ist eigentlich fast die gleiche Strecke, also hier und hier und dann hier. Das macht eigentlich fast keinen Unterschied. Kein Unterschied. Das ist so lustig, ich weiß. Ja, nee, ähm... Sehr geil, ich hab's nur eins hochgebaut. Ähm, ich brauch's, aber... Eigentlich, was ich da hinten die ganze Zeit gemacht hab, ist totaler Schwachsinn. Und, äh... Nee, dann wär's... Okay. Ich muss mal was ausprobieren, ich weiß nicht... Nee, es leitet dann nur nach unten. Nee, stimmt schon, das war total blöd, was ich da nicht gemacht hab, die ganze Zeit. Äh, da hinten zum Beispiel. Ich muss gar nicht, äh... Auf zwei Etagen quasi das Redstone-Signal leiten, weil... Ja. Ich kenn's eigentlich da unten. Nee, nö, 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 ich mach das, ich mach das alles schön. Zack. Eins sollte reichen. Jawohl. Hier denk ich was. Ach, geil. Geil. Richtig geil. Ja. Ich mag diese Viecher nicht. Ha. Burn, mother... Pieper. Ich müsste jetzt einen Piepton einbauen. Das war aber, glaub ich, gar keinen, irgendwie parat oder so. Ich will auch keinen raussuchen, also... Ganz live und... Unzensiert oder was auch immer. Okay, also hier haben wir dann, äh... Ich krab das jetzt einfach mal alles auf, fertig. Ähm... Hm, hm, hm. Warte mal, wenn ich hier die... Jetzt noch runter... Geil, leid... Hm... Ich nehm mal an, wenn ich das jetzt... So mache... Warte mal... Wenn ich das jetzt so mache... Wird das wahrscheinlich nicht funktionieren... Zu meinem Bedauern... Ne, wird nicht funktionieren. Ja, klar. Äh, da ist dann halt schon die... Rail... Okay, also werde ich auf die Seite ausweichen. Aber wie gesagt, die zwei Ebenen brauche ich nicht. Ähm... Hier auf die Seite ausweichen. Hm, 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 hm. Hm, hm. Und da ist ein Mittel. Aber... Hm, 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 hm. Gut. Also machen wir hier dann so. Gleich wieder zu bauen. Ähm... Gut, dann noch... Äh... So... Und es ist gerade ein bisschen laut auf meinem Ohr. Warte mal. Ich habe hier... Oho Gaming Headset. Hehe. Praktische Steuerung direkt dran gebaut. Und da ist dann die Detektor Rate 9. Detektor Rale wollte ich sagen. Ja, auch geil. Du weißt, was du verdienst. Was irgendwie so ein... Denglisch-Gemisch ist, wieder mal. So. Und wenn ich das dann wegpacke... Dann funktioniert das genau gar nicht. Geil. Musst du dazwischen... Okay. Ich probiere es mal andersrum dann oder so auf der Art. Ja, nicht andersrum, aber... Ich schäbe mich zutiefst für... Solch... ...anspruchsloser... Ich schäbe mich zutiefst für... ...solch... ...anspruchsloser... ...losen... Wortwitze. Ähm... ...so. Ähm... ...so. Gut. Ich bin auch schon bei 15 Minuten. Das eisst wir im... Hä? Hä? Total. Was habe ich jetzt gemacht? Ich... Weiß gerade nicht so recht. Ach so, nee. Das war jetzt schwachs... Nee, ich mache das einfach so, weil es dann... ...schön... ...äh... Ich glaube, ich habe noch gut... ...gut. Gut. Hier so. Gut, ich mache es hier so. Zuck, 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 zuck. Nein, doch. Oder? Hä? Warte mal. Ach so. Na geil. Jetzt ist das... ...wieder so. Okay. Diesmal aber. Ähm... Wenn ich es so mache, sollte es doch funktionieren, oder? Ich hoffe zumindest, sonst muss ich wieder... ...ewig rumbauen, was ich eigentlich jetzt schon mache, aber... ...ja. Ich möchte möglichst alles immer möglichst kompakt haben. Ja, jetzt funktioniert es, jetzt funktioniert es. ...ja, jetzt funktioniert es. Ha, 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 ha. Das funktioniert. So. Da haben wir ja wirklich ein bisschen was zu verbraten, jetzt. Gerade mal so. Ganz spontan. Einer bleibt übrig. Muhahaha, der einsame... ...äh... ...Stonebrick. Der, die das, was auch immer. Ich weiß es nicht. So. Dann haben wir das da... ...und das da... ...und das da... ...und dann haben wir... Ist das nicht irgendwie ein bisschen viel gerade? Na gut, das... ...sollte mich hier nicht stören. Hm. Da ist ein Buchstabdecksch. Hä? Ah ne, jetzt ist das... Ach, scheiße. Hm. Ah, okay. Dann klatschen wir die Fackel hier dran. Sollte er auch funktionieren jetzt? Ich hoffe mal. Jawoll. Jawoll? Ja. Gut, es funktioniert. Puh. Haben wir schon Sorgen gemacht. Dass es nicht funktionieren könnte. Jo, gut. Ähm... Hehehe. Dann... ...fahre ich mal ganz langsam hier rüber. Hehehehe. Und ähm... ...beende hier diese Part. Und wieder bei der nächste Mal. Ähm... Ja. Wenn ich wieder heiße, let's play Techit. Und wir... Ähm... hier... weg. Ich müsste irgendwie so Duftkerzen aufhängen. Vielleicht vertreibt die das. So Weihnachtsbaumkerzen und so kennt man ja. Da oben oder so. Da oben, 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 hehehe. Okay. Und dann noch überall und... Blah! Und alle verteilen und... Duftkerzen. Das sind meine Duftkerzen. Aber ne, brauche ich jetzt nicht, ne? Ich bin nur einer... Eine hier einfach, falls ich mich irgendjemand stellen will. Ähm... Ja gut, das ist, äh... Wie gesagt, wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Es gibt immer ein nächstes Mal. Keine Sorge. Ne, wie ging das nochmal? Ähm... Keine Ahnung, das ist vom rosa roten Panda. Ich meine, ich hab das schon so ewig nicht mal angeschaut. Da war ich noch klein, damals. Also ist dieses Format noch gar... Ne, gibt's glaube ich immer noch. Ja, keine Ahnung, äh... Auf jeden Fall ist das jetzt meine Fackel, wo ich genau zentral runterschauen will, weil ich so komplexe habe und alles. Ne, aber, ähm... Ja, wie gesagt, zum nächsten Mal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt, let's play Techit! Und dann werden wir, äh... In die Richtung ein bisschen... Ausbauen. Unser Schienennetz. Das werden wir jetzt mal so ein bisschen tun. Und dann können wir gleich von Anfang an immer... Äh... Die richtige Mischung aus HS-Rails und normalen Rails bauen. Und so, ja. Gut! Also dann, ciao! Tschau! Tschau!